ab nahmen youtube es ist schon sehr spät man hier sieht beim rober um ich habe mir neue spiel gekönnt und mars von bohemia interactive also die jungs die hinter aber zwei aber drei und überhaupt aber stecken ein tolles spiel für 99 jetzt bei steam im early access es ist eine simulation mass-rober-simulation und ich werde jetzt mal die tage mal bisschen mal genauer zocken und ja mein rover mein rover das war's glaube ich mit der milliardenschwere ja weg ist das teil ähm weltraum mission ja schaut mal vorbei die tage ich werde das mal intensiv mal zocken tschau tschau